Hallo und herzlich willkommen bei RetoCamp. Ich bin auch immer wieder auf der anderen Ticket und heute habe ich das Spiel King of Avalon und viel Spaß. So, da sind wir jetzt wieder und wir schauen mal, was wir hier machen können. Also, naja, das heißt, wir schauen mal, was wir machen können. Wir machen jetzt das, was wir immer machen. Und ich hole erst mal alles ab, wie das hier, das, da muss ich erst mal gucken, was ich, wenn ich brauche. Ich glaube, wir holen ein bisschen Getreide ab. Nur Getreide. Okay, das war's. Was haben wir hier noch? Beschwörung. Ein Gratisbeschwörung. Okay. Nur ein paar extra Punkte bekommen. Hier ist noch eine Kiste. Und was haben wir noch alles hier? Ja, jetzt geht's. So. Joa. Getreide, Holz, Erzabon. tägliche quest habe ich schon ein paar fertig das ist gut ok jetzt schauen wir mal gewollt verwissen los ich will das gewollt verwissen das dauert zehn stunden was für das andere die Falmfabrik dauert drei stunden jetzt wird erstmal die Falmfabrik verbessert die Falmfabrik die Falmfabrik das war gut aber auch fertig wieder ein Packfest fertig das ist gut Forschung ist zwar normal los gehts los los gehts los nicht gegenstände habe ich neu Und dann... Kiste die ich öffnen kann, schade. Schade, schade, schade. Dann haben wir jetzt noch Nachrichten. Am 19.2. Wolle ich ausgesperrt. Ausgesperrt. Das hört sich an. System. Einsammeln. Verwaltung. Alle löschen. Alle löschen. Abbrechen. Lesen. Verwaltung. Alle löschen. Abbrechen. Lesen. Verwaltung. 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 Und dann, jetzt habe ich Christen 30 Stück. Ja. Hm, das habe ich. Hm, hm, hm. VIP. So, erst mal jetzt VIP angemeldet. Das muss ja auch gut sein. Ja. Dann holen wir noch die anderen roten punkten ab. Hm. Hm, hm. Das war's. Festung Level 15. So. Dann ist das erstmal soweit. Und jetzt müssen wir noch schnell die Leute wieder ausbilden. Dann fahren wir mal rein. Ich habe hier Level 1. Hm. Level 2. Hm. Level 3. Das ist schon besser wieder. Das ist schon besser wieder. 1 nicht. 2 nicht. 3 nicht. 4. Verbessern. 2. 3. 3 nicht. 4. 3 nicht. 4. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 6. 7. 8. 9. 10. aus bilden so hier oben haben wir noch einmal eins nicht, zwei nicht, drei verbessern gut dann muss er auch noch gleich sein oh, dann haben wir noch war es das schon? ja gut dann geht es noch einmal kurz hier rein Schaumopfer diese Runde jetzt schaffen ich glaube es war nicht aber wir können es ja mal probieren unter links in der Ecke sind wir dann gehen wir mal hoch nach rechts erster Ton weiter da ok doch da 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 Das bringt aber nichts Eigentlich nur runtergehend Vom nächsten ist der Boss da Da, da ist der Boss Komm, wir probieren es Hm, war ja klar Ja Und wieder nicht weitergekommen Na gut Da muss man Auf der Internetseite gehen Um mich das zu registrieren Man muss auf den Button drücken Dann komme ich auf der Internetseite Und dann Kriege ich mir die Belohnung abholen Aber das will ich jetzt nicht Da würde ich schon sagen Das war es für heute Ich glaube, wir schneiden hier Holz, Getreide abholen, Steine Mal mal durchscrollen Da, der Drachlassus Fähigkeit Da ist schon ein Stern Da ist auch ein Stern Die kann ich nicht aufleppen Oder Nee Das ist nur die, wo der Fall Nach oben da ist Dann nehmen wir Den hier Dann war es das auch schon wieder Spiel beenden, das Ticket abholen Und dann bin ich Haus Ich hoffe, mit der Kamera Hat das so gepasst Ungefähr Weil ich habe nur einen Monitor Deswegen sehe ich die Einstellung nicht Okay Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen Ob das schon wieder dabei seid Bis dann Für euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Tschüss Tschüss